So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und wir sitzen hier in der letzten Ecke und wollen heute eigentlich mal das Shiny Mew abholen. Dazu müssen wir aber noch was machen. Ich möchte euch mal die ganzen Aufgaben zeigen, die ich jetzt hier noch habe. In der Spezialforschung, und zwar hier oben ist glaube ich noch die Belohnung drin von Level 48, also von der Level 48 Spezialforschung. Da gab es ja eine. Hier seht ihr das mit Mew. Kapitel 3 von 4. Kapitel 4 sind nur noch Belohnungen. Hier müssen wir noch eine Feldforschung abschließen. Hier habt ihr noch den Rest von der 48. Hier habt ihr 50. Da können wir was abholen. Da gibt es sogar 10 gratis Rate Pässe. Da ist also noch einiges da. Und Feldforschung abschließen heißt bei uns, lande 5 Curveball-Würfe hintereinander. Ja, das wird doch wohl möglich sein, damit ich noch ein bisschen was fürs Video habe, euch zeigen zu können. Wenn ich es natürlich jetzt nicht schaffe, kann ich immer noch einen Schnappschuss von einem Typ Elektro machen. Wir tippen mal eins an, was hier rumsitzt. Gucken wir mal, ob wir das schaffen. 5 Curveball-Würfe hintereinander. Wenn ich Sanana-Bären, ach Nanabären habe, meine hier, Nana. Wenn ich Nanabären habe, würde ich die vielleicht nutzen, draufschießen, obwohl den ersten hätte man lieber so machen sollen. Und dann bei den anderen betäuben, dass sie sich auch ja nicht bewegen. Beziehungsweise, ja, eigentlich ist das komplett schwachsinnig. Ihr wartet einfach, bis ihr angreift, werft dann. Dann könnt ihr das alles an demselben Pokémon machen. Oder auch nicht. Wenn es drin bleibt, dann halt nicht. Ich habe auch noch welche in meinem Beutel drin. Wir nehmen mal das. Wenn wir eben das Minon hatten, nehmen wir jetzt das Plusle noch mit. Das müsste ja genau denselben Kreis haben. Das müsste genauso weit weg sitzen. Und wenn es sich dann bewegt und mal angreift, sodass wir werfen können, es wartet. Es wartet, es hüpft. Es wartet, es hüpft nochmal. Und es greift an. Das heißt, wir können curven. Haben die 3 von 5. Ganz gemütlich. Ein großartiger Wurf ist jetzt auch drin. Ist auch ein Typ Elektro natürlich. Theoretisch hätten wir davon gleich auch ein Bild machen können. So, was sitzt hier noch? Da sitzt noch ein Flurmel. Flurmel, heftiges Pokémon auf jeden Fall. Passt bei Flurmel auf. Flurmel ist der Boss. Ich werde jetzt trotzdem mal die Bananen nutzen und gucken. War das komisch geworfen. Einer fehlt noch. 5 von 5 brauchen wir. Dann können wir den Rest abholen. Es kommt raus und es haut ab. Okay, dann halt nicht. Da muss man nicht gleich so ausrasten. Wir gucken mal hier in die Belohnung rein. Da haben wir nämlich noch ein Porygon. Obwohl Porygon natürlich... Das ist zwar groß. Das ist ein richtiger Brocken. Aber das... Das hängt jetzt hier am Rand rum. So wollte ich das eigentlich nicht haben. Wir gehen nochmal zurück. Hängt das jetzt wieder in der Mitte, wenn wir drauf gehen? Bitte, bleib in der Mitte. Wir probieren es bei Porygon. Porygon, werfen einmal großartig. Das war der fünfte. Egal, ob der jetzt drin bleibt oder nicht. Ist egal. 1, 2... Ja, er bleibt sogar drin. Den können wir mal bewerten, weil er aus einer Forschung war. Da haben die ja eh mal bessere IV. Wissen wir. Gucken drauf. Und wir haben... Ja gut, das war schlecht. Ja gut, das war schlecht. Jetzt können wir diese letzte Feldforschung abholen. Wir haben jetzt die 151 fertig. Wir wollen aber mal Stück für Stück hier abholen, was dann noch alles offen ist. Hier befindet sich nämlich ein Ducario drin. Das ist ein Pokémon Encounter aus der Level 48 Forschung. Das finde ich besonders cool. Nehmen wir gleich mal mit Gelber Bäre mit, dass wir da noch mehr Bonbons bekommen. Damit wir Zeit sparen, machen wir jetzt auch einfach mal Hyperbälle drauf. Gucken uns den mal an. Habt ihr schon mal ein wildes Lucario gesehen? Gibt's nicht, oder? Es gibt keine wilden Lucarios. Hier gibt's auch ein XL Bonbon. Ist ein 96er sogar. Okay, mit Condor und Spukball. Also heftige Sache, heftige Belohnung. Das ist der Rest von Mew. Das möchte ich kurz mal noch auslassen. Mal gucken, was bei der 48 am Ende rauskommt. Hier haben wir nämlich noch drei XL Sonderbonbons. Und wenn das Lucario schon heftig war, was... Mega Lucario. Nein, aber das ist ein Milzer. Nehmen wir natürlich auch gerne mit. Mit Gelber Bäre. Hauen da mal drauf. Milzer. Warum nicht? Gibt's vielleicht auch XL Bonbons? Vielleicht ist es jetzt ein Hunderter. Komm, gönn dir mal ein Hunderter. Rammse. Ne, also... Irgendwie ist das unangenehm, wenn es so ruhig ist um mich rum und dann eine einzelne Person vorbeiläuft und die dann hören, dass das schlecht ist. Aber kann man natürlich wegtauschen für ein XL Bonbon. Jetzt möchte ich aber mal gucken, Level 5. Die 48 ist jetzt komplett fertig. Das ist sehr schön. Bei der 50 können wir jetzt hier mal noch Staub abholen und Bonbons und Raid-Passe und alles Mögliche. Ich glaube, die 50 hat sogar noch ein weiteres Kapitel. Nochmal Staub, nochmal Staub. 10 Raid-Passe ist auf jeden Fall richtig heftig. Oder? Spricht der noch was? Egal, was der jetzt von mir will. Hier. 50 Bonbons. Entwickl 50 Pokémon. Gewinne 50 Raids. Da passt es ja. Jeden Mittwoch, wisst ihr ja, ist die Raid-Mania. Da sind immer so 20 Raids oder so dabei. Kann man sich also ein bisschen Zeit lassen und dann gibt es 10 Brutmaschinen. Da hätten sie da noch mal 50 Raid-Passe reingepackt. Wir holen jetzt aber das hier ab für Mew. Wir haben hier drei Rocket-Radare. Drei Superbrutmaschinen. 151 Hyperbälle und einen Rauch. 151 Hyperbälle und einen Rauch. Was für ein... Ja, keine Ahnung. Das muss man sich nicht. Ein Sternstück, ein Glücksei. Und jetzt, nur im AR-Modus, müsste das Mew kommen. Da sehen wir schon Mew. Komischerweise ist alles hier schwarz. Toll. Warum sieht man hier nichts von der Umgebung? So hätte man den Spielplatz... Ah, jetzt. Da steht ihr nämlich. Da ist der Spielplatz, ja. Da ist der Bär. Da ist der andere Bär. Und jetzt müssen wir mal versuchen, das Mew zu fangen. Hui. Einen Ball haben wir schon mal. Ihr wisst eigentlich, das bricht immer zweimal aus. Ihr braucht immer drei Versuche. Um das Mew zu fangen. Wir wissen natürlich die WP nicht. Wir wissen die IV nicht. Wir wissen gar nichts. Mein Mew, was ich hatte, können wir uns dann nochmal angucken. Und dann mal schauen, ob das Shiny Mew vielleicht sogar besser ist. Ja, warum will man eigentlich auch curven? Also es reicht ja, wenn ihr den Ball einfach nach vorne schnippelt und dann habt ihr das drin. Das sieht dann auch gut aus. Farbe gefällt mir eigentlich. Sieht aus wie der Saft, den ich letztens hatte. Wo dran stand mit Kokoswasser und ich habe mich übelst gefreut. Und dann hat es einfach gar nicht nach Kokos geschmeckt. 13,65. Bevor ich das bewerte, möchte ich jetzt aber mal das normale Mew angucken. Ja, geh mal weg mit Mew 2. Wo ist denn das? Hier. Das haben wir ja damals mal in einem Stream zusammen gepusht. Haben noch eine Attacke drauf gebastelt. Haben ewig rumgeknirrt, dass wir hier Elektro und Pflanze haben. Und ich habe das im Endeffekt trotzdem so gut wie nie benutzt. Das hat 10, 11, 15. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie das jetzt abschneidet. 13,65. Und es ist ein 10, 15, 14. Naja. Hätte natürlich besser sein können. Wir machen da auch mal ein Sternchen dran. Und ich glaube, die kann man ja theoretisch nicht verschicken. Ein als Favorit markiertes Pokémon kann nicht verschickt werden. Mew ist ein mysteriöses Pokémon und kann nicht verschickt werden. Also, wenn irgendjemand kommt und sagt, ich habe meinen Mew aus Versehen verschickt. Glaubt ihm kein Wort. Das ist einfach ein Dulli. Grüße an Dulli Squad an der Stelle. Da ist es auf jeden Fall. Shiny Mew. Habt ihr auch schon euer Shiny Mew bekommen? Oder kennt ihr jemanden, der einen Shiny Mew hat? Wir können auch gleich nochmal hier einen Screenshot davon machen. Sehr schöne Sache. Vielleicht nehme ich das jetzt auch als Buddy. Obwohl es hat schlechte IV, also zum Angeben als Buddy könnte man es nehmen. Aber ich will lieber dann hundertprozentige Legendäre zu Buddies machen und hochziehen. Wie das jetzt hier mit dem Zapdos zum Beispiel ist. Das ist ja auch ein Hunderter, dass man lieber da mitläuft. Und ich habe jetzt hätte ich fast vergessen. Wir haben doch noch das Kapitel 4. Das müssen wir ja noch abholen von der Mew-Forschung. Was angeblich nur Belohnungen sind. Genau. 1.500 Staub, 1.500 Staub, 5.100 Staub und vor allem Staub, Erfahrungspunkte. Wir haben sogar jetzt ein Mew-T-Shirt bekommen und nochmal Bonbons. Aber wenn wir schon mal dabei sind, komm wir machen das. Extra für die Mew-Folge gehen wir mal auf Individualisieren, holen uns ein Oberteil und ziehen einfach mal das Shiny Mew-T-Shirt an. Richtig genial. Wenn wir schon das T-Shirt haben, müssen wir natürlich auch. Ich muss erst mal eine Stunde überlegen, wo ich jetzt da das wechseln kann. Das andere geht ja nur die normalen Buddies durch, die du schon hattest. Nehmen wir es halt einfach rein. So, bitteschön. Es weiß ja trotzdem keiner die IV. Keiner weiß, wie gut das ist. Aber jeder sieht, er hat es. Jetzt haben wir das neben uns stehen. Sieht dann ungefähr so aus. Shiny Mew fliegt durch die Gegend plus ein Shiny Mew-T-Shirt und irgendwie passt diese ganze Farbkollektion von dem Typ jetzt gar nicht mehr. Das blaue T-Shirt sieht irgendwie, weiß ich nicht, ja egal, Augenkrebs vorprogrammiert. Das war es jetzt aber auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal, beziehungsweise heute Abend in der Spotlightstunde. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.